Ein zweites Beispiel sind die sogenannten evangelikalen Katholiken. Sie haben das mitbekommen, zum Beispiel Bernhard Meuser, Johannes Hartl oder der Passauer katholische Bischof Stefan Oster. Aber Meuser hat herausgegeben, vor zwei Jahren, glaube ich, eine Bibel für Jugendliche, in der der Papst ein bewegendes Vorwort schreibt, wie wichtig es doch sei, die Bibel zu lesen. Und das erscheint so in diesem Vorwort, als das ist auch in IDEA entsprechend abgedruckt worden, als ob der Papst nun ein großes Beispiel für Bibeltreue wäre. Natürlich hat er keine seiner anderen Lehren damit aufgegeben. Derselbe Bernhard Meuser hat auch einen Jugendkatechismus der katholischen Kirche herausgegeben, pädagogisch sehr gut aufgemacht. Das Ganze ist natürlich flankiert von anderen. Also hier, das ist der Generalsekretär oder stellvertretende Generalsekretär der Evangelischen Weltallianz, der hier mit dem Papst zusammen Tee trinkt und darüber dann Bücher schreibt. Aber jetzt kommen wir zu diesem Jugendkatechismus von Meuser. Da steht, woher wissen wir, was zum wahren Glauben gehört? Den wahren Glauben finden wir in der Heiligen Schrift und in der lebendigen Überlieferung der Kirche. Also das ist die klassische Position. Das heißt, einmal wird eine neue Jugendbibel herausgegeben. Der Papst schreibt das Vorwort, Leute, die katholische Kirche kehrt sich zur Bibel. Und gleichzeitig wird gesagt, ja, aber die Bibel ist nur eine Säule der Wahrheit. Genauso wichtig ist die lebendige Überlieferung der Kirche. Das heißt, das aktuelle Lehramt der Kirche mit dem Papst an der Spitze und die Geschichte der kirchlichen Synoden, wo sie verbindliche Texte formuliert haben. Und dann heißt es in Artikel 13, kann sich die Kirche in Glaubensfragen irren? Die Gesamtheit der Gläubigen kann im Glauben nicht irren, schreibt Meuser. Wie die Jünger Jesus von ganzem Herzen geglaubt haben, so kann sich ein Christ ganz auf die Kirche verlassen, wenn er nach dem Weg zum Leben fragt. Das ist offizielle katholische Lesart und das ist auch die Lehre dieses Jukat, den Meuser herausgegeben wird. Mogelpackung, Bibeltreue. Sie finden das ja auch bei Johannes Hadel, das er immer wieder betont, nach dem Motto, wo käme man dahin, wenn man nur die Bibel hätte. Das würde ja das totale Chaos ausbrechen. Also sei es schon wichtig, dass die Kirche da ein Wort mitrede und letztlich auch die Richtung vorgebe, in die zu denken wäre. Evangelikale Katholiken, Stefan Oster, Johannes Hartel, hier nochmal ein Bild von ihm. Wir finden von Johannes Hartel viele Äußerungen, die sehr gut klingen auf den ersten Blick. Er sagt zum Beispiel, der Mensch rettet sich eben nicht selbst, indem er an die Liebe glaubt, sondern es bedurfte des gekreuzigten, auferstandenen Erlösers, um Menschen zu versögen, Kindern Gottes zu machen. Klingt doch gut. Oder anderes Beispiel. Das Grundanliegen der Reformation ist bleibend wichtig, die Entdeckung der Rettung aus Gnade durch den Glauben. Diese Grundbotschaft, dass der Mensch nicht durch Gutsein in den Himmel kommt, sondern durch das Blut Jesu. Klingt gut. Was Hartel nicht sagt, ist, dass der Mensch allein durch Christus, allein durch den Glauben, allein durch die Gnade gerettet wird. All das, was wir hier lesen, das klingt auf den ersten Blick sehr neutestamentlich. Aber wenn man weiß, was die katholische Lehre zu diesen Fragen ist, dann kann man das, was hier steht, sehr gut damit vereinbaren. Weil nämlich etwa hier gesagt wird, Errettung aus Gnade durch den Glauben. Und das lehrt die katholische Kirche ja auch. Der Mensch braucht Gottes Gnade und er braucht den Glauben. Aber das allein reicht nicht. Es bedarf auch der Mitwirkung durch Werke. Es bedarf der Unterstützung durch die Kirche. Es bedarf letztlich der Kooperation des Menschen mit Gott, damit er im Himmel ankommt. Und es gilt nach wie vor, was das Konzil von Trient geschrieben hat. Und dass das alles gültig ist, wird auch von Hartel immer wieder zugestanden. Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden nachlässt, oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden. Und das ist ja das, was das Neue Testament lehrt. Wir werden gerettet allein durch das, was Jesus getan hat. Es genügt. Es kann nicht ergänzt werden und es muss nicht ergänzt werden. Und wir ergreifen es allein dadurch, dass wir Jesus vertrauen und unser Leben an ihn hängen. Und wer das lehrt, ist nach offizieller katholischer Lesart ausgeschlossen. Anathema, verdammt, der kann nicht Glied der wahren Kirche sein. Nun gab es ja eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungskläre katholisch-evangelisch 1999. Das muss ich jetzt schnell machen. Aber diese Erklärung ist auch eine klassische Mogelpackung. Weil sie letztlich eine katholische Position beschreibt, zu der die evangelischen Vertreter sich über den Tisch haben ziehen lassen. Und das auch noch als große ökumenische Einigung feiern. Ich stelle das ausführlich dar in meinem Buch, Wann ist ein Christ ein Christ? Da können Sie diese Zusammenhänge ausführlicher nachlesen. Und der Titel macht nochmal deutlich, es geht eben nicht um irgendwelche theologischen Feinheiten und Nebenkriegsschauplätze. Sondern es geht um die Frage, was muss einer glauben, damit er in den Himmel kommt und nicht in die Hölle? Es geht um die Frage, was macht den Christen zum Christen? Womit werden wir gerettet und womit gehen wir verloren? Und die katholische Kirche lehrt eben, allein der Glaube genügt nicht. Der Glaube ist nach katholischem Verständnis eine Tugend. Und die Tugend unterstützt durch Gottes Gnade, tut gute Werke. Und mit diesen Werken erwirbt der Mensch sich Verdienste. Und die sorgen dann dafür, dass er das ewige Leben kriegt. Das ist die klassische römisch-katholische Lehre. Und dazu stehen auch Mäuser und Oster und Hartl ohne jede Einschränkung. Also, das ist eine Mogelpackung. Ich mache das jetzt mal etwas schneller, weil dieser Punkt, denke ich, klar ist. Und ich bitte Sie, das in all diesen Fällen immer im Blick zu haben. Evangelisch und katholisch ist der Unterschied zwischen exklusiv und inklusiv. Nach katholischem Verständnis gehört die Gnade und der Glaube dazu, inklusiv. Aber nicht allein. Es reicht nicht allein. Und nach neutestamentlichem Verständnis ist es exklusiv, einzig und allein. Denken Sie an Paulus und Ballatterbrief. Wer behauptet, dass der Glaube an Jesus noch ergänzt werden müsse durch, in dem Fall war es die Beschneidung, der verliert alles, weil er nicht glaubt, dass Jesus genügt. Und eine Kirchengeschichtlerin hat das mal sehr gut verglichen. Sie hat gesagt, exklusiv ist beim Orangensaft ausschließlich frische Orangen. Also dieser Orangensaft besteht, ich weiß ja nicht, was Sie Mittag trinken werden jetzt, ausschließlich aus frischen Orangen und inklusiv bedeutet mit frischen Orangen. Da sind frische Orangen dabei, aber vielleicht auch ein bisschen Zuckerwasser und wer weiß, was da alles noch drin ist. Und das ist der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch. Evangelisch ist exklusiv, allein Christus und nicht sonst. Und im katholischen Verständnis ist Jesus und die Gnade inklusiv. Ja, die gehören schon dazu, ohne die geht es nicht. Aber sie allein reichen nicht. Okay, jetzt von der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz haben wir schon gesprochen. Ich würde sagen, das ist auch eine Mogelpackung geworden, weil nämlich dort bestimmte Begriffe ausgemerzt sind, die früher mal dazugehört haben. Zum Beispiel der Begriff von der völligen Sündhaftigkeit des Menschen. Und genau das bestreitet der Katholizismus. Der Katholizismus bestreitet, dass der Mensch Tod in Sünden durch und durch verloren ist. Die neue Basis der Allianz hat es rausgestrichen. Oder die Aussage, dass der Opfertod Jesu einzige und allgenugsame Grundlage ist. Die neue Allianzbasis hat es rausgeschmissen. Und nach meiner Einsicht ist das Ergebnis dieser Veränderung der Allianzbasis, dass das neue Bekenntnis, wenn man das für sich liest, merkt man es nicht. Man muss den alten Text und den neuen Text vergleichen. Dass das neue Bekenntnis im Grunde genommen auch von einem Katholiken, der an allen seinen katholischen Lehren festhalten will, mühelos unterschrieben werden kann. Das ist das Ergebnis der Umformulierung dieses Glaubensbekenntnisses. Und ich habe mehrfach schon öffentlich, die Idee hat auch darüber berichtet, und ich werde das weiterhin tun, gefordert, dass darüber endlich mal eine öffentliche Diskussion geführt werden muss. Und dass die Leute sich fragen müssen, die in der Allianz sind, wollen wir das? Wollen wir ein Bekenntnis haben, das nicht mehr eindeutig, exklusiv, evangelisch formuliert ist? Darum geht es bei der Frage der Rechtfertigung.